Haha, ist ja geil. Na ehrlich jetzt? Nein. So, willkommen zurück bei Hidden Deep mit Fabian, Heino und mir, den Angelo. Hidden Deep ist so ähnlich wie Karion. Oh nein, das will ich nicht. Also die Grafik ist ein bisschen besser und wir spielen wohl ein Team von Wissenschaftlern unter dem Meer irgendwie. Also in so Höhlensysteme und haben immer mit Alien zu tun. Georg Mark mal, glaube ich, geschrieben, wenn wir es immer haben, dass wir zocken und der gute Georg Mark auf YouTube natürlich machen müssen. Ja, wer will anfangen? Ich, okay. Du, du, ja. Ich muss eigentlich Pipi machen. Du spielst. Verdammt. Ich bin Schlepplerauftragter. Du bist Schlepplerauftragter, okay. Heino, da können wir die Pepsie geben. Die ist bei dir unterm Stuhl. Ne, mein Becher da. Ach so. Also, Spiel. Kannst du mich füttern damit? Mission, ne, neue Expedition starten. Äh. Äh. Ja, komm, ist okay. Die Karion, ja gut. Der Karion war jetzt kein schlichtes Spiel. Das Problem war bei uns, dass wir immer so lange Pause gemacht haben dazwischen, weißt du? Monatelang. Der Abel hat immer nur gespielt. Ja. Wir haben nur über Scheiße gelabert die ganze Zeit, über die Arbeit und über irgendwas. Ja, wir haben eigentlich quasi so eine Art Podcast 2.0 gemacht dabei. Und der Abel hat da gespielt. Und immer, ja, wir müssen wir entlang. Ey, Michael, immer noch nicht fertig, was ist los? Wir müssen mal aufpassen, was da steht. So, wir sind halt Manneken hier. Ich glaube, wir können springen. Beim Podcast machen wir aber eine schöne Pfeife an, auf jeden Fall. Am Arsch. Stimme an so im Wohnzimmer. Ey, soll ich sagen, warum ich mich erinnere, die Bewegung? Am Arsch. Am Prinz of Persia, aber er macht. Guck mal hier. Prinz of Persia. Der sprang genauso. Ja. So ein bisschen wie Lara Croft auch, ne? Du musst auch so in Lara Croft. Vielleicht kommt der Predator noch im Ecken. Kann man da näher ran machen? Oder sieht man das? Äh, nein, du musst von hier aus. Be careful. Also eine Pfeife machen wir auf jeden Fall an bei meinem Podcast. Oh. Ich bin übrigens tot. Es ist wie Walpflinz of Persia. Also rennen und springen. Du springst so früh. Lara Croft aus Tomp-Reiter. Du musst auf der Kiste hoch springen. Warte mal, ich... Machst du da? Ja, ich versuch zu springen. Warte mal, doppelt springen. So. Nee. Doppelt geht nicht. Guck mal. Was ist das noch? Du brauchst eine Kurbel. Ah, ja, okay. Da ist du doch. Hä? Hallo, macht der jetzt Rückentraining oder was? Du musst ja ran. Jo. Wenn wir den Hall noch nicht hätten, ne? Ja, wer ist denn anderer jetzt hier? Ach, das muss ich auch noch hier... Ah, so. Ah, okay. Es. Wirklich, der Prinz of Persia ist ja hier. So, es. Musst du da runter springen? Nee, ich glaube, du musst da runter klettern. So. Kannst du dich ducken? Was? Select Order. Shift. Keine Ahnung. Immer Select. Und Eject. Eject. Eject immer, ne? Auf der Place immer Eject. Wir gehen jetzt hier S zum Monat klettern, sonst bin ich wieder tot. Da bist du wohl überleben hier, oder? Vielleicht kommt das viel von Carrion und Fristen. Was? Aha, okay. Oh, mit der Tastatur ist das echt scheiße hier. Oh, war aber knapp. S zum Kriechen. Was? S zum Kriechen, hab ich noch nie gehört. Vom gedrückt halten. Ja, komm, die Grafik ist besser als bei Carrion. Carrion. Ich mein Carrion, Entschuldigung. Oh, jetzt ist liegig. Oh Gott, der kann mich auch gar nicht merken, ey. Steht sie da auf? Okay, ja, Buh. Du wirst dann mit Controller zocken können. Ja, geht aber nichts mit Controller. Hab ich extra probiert. Funktioniert nicht. So, C. Wird für den Haken. Haken mit C. Achso, dann kann ich schießen. Jetzt. Jetzt kann es dann abseilen. Geil. Oh Gott. Das ist wirklich aus wie Carrion. Ich glaub, du hast recht. Gute. Kann man hier auch schwingen? Wie mal Worms? Und jetzt loslassen. Oh, Worms. Du musst auch mal wieder spielen. Ja. Vielleicht sogar mit Robin. Und Dominik. Hab ich hier keine Wahl? Da steht mal im Blau. Warum sich das hier im Chat nicht? Ne, war ein Knopf im Blau. Ja, anscheinend postet ihr hier alle paar Minuten hier. Wir sind live. Komm vorbei. Oh ne Scheiße. Weiß auch nicht warum. Mach die auf dem Schach 2. Ja, bla bla bla. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich hab die Leitere nicht. Ich hab übrigens die Leitern zu spät gesehen. Ja, immerhin fangen wir hier wieder an. Ich bin ja nicht immer hier wer jetzt, ne? Na ehrlich, ey. Ja, ist gar nicht mal so schwer. Ist halt nur... Ja, hier, so eine Logitech-Testatur für 23 Euro. Mit Maus. Da muss man investieren für uns. Das ist mal das Equipment. Ey, ich hör immer nur hier. Du musst investieren für uns. Wir werden hier die ganze Kohle reingeschickt in den Scheiß. Ja, wir. Was? Ja, klar. Wir haben alles mitgebracht, was hier steht. Die Bonbons. Die Bonbons, genau. Die machen es auch aus jetzt hier. Die Getränke. Ich hab so Wert mitgebracht. Die Getränke. Pipsis von mir. Ja, wir hatten hier die Mikrofone, die Funkstrecken geholt, ne? Ich will jetzt nichts weiter tun. Mucke, du hast von der Arbeit mitgenommen. Ich die Mucke. Die Mikrofone hast du von der Arbeit mitgenommen. Arbeiten wir im Callcenter, oder was? Nee, aber von der einen Veranstaltung, die wir hatten. Was? Weiß ich ganz genau noch. Was? Bonbons könnt ihr mir auch mal spendieren. Ja, kommt vorbei, Robin. Kannst du gerne ein paar haben? Ein paar leckere Speckmäuse. Kannst du dich zweimal ducken, oder was? Ja, du kannst dich einmal kriechen und dann hinlegen. Weißt du? Du musst einmal, wenn du so. So. Steht's wieder auf jetzt. Hallo. Wehe. Okay. Jetzt macht das nicht. Wunderbar. So, jetzt. 23 Euro. Und runter. Ah, hoch, 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 hoch. Er ist im Kampf gestorben. Wann ist euer nächster Stream? In drei bis sechs Monaten. Ja, ich will morgen wieder Hand streamen. Mein nächster Stream ist in zwei, drei Stunden. Oh, der krabbelt doch. Wie? Ich kann natürlich nicht schießen, wenn ich krabbel. Weekend League. Du kennst? Ja. Na komm. Tot ja, ne? Ja. Problem ist, wenn du richtig kriesst, kannst du nicht schießen. Oh, doof. Vom nächsten bin ich sonst auch mal dabei. Selbst einladen ist nicht. Ich wollte es sagen, ey, wir sind immer dabei. Ich komme immer vorbei. Doch, komm ruhig. Ja, dann können wir auch diese Couch-Coptinger machen, die ich noch habe hier. Ehe nichts. Muss ich abzahlen, oder? Ja, wenn ich jetzt wieder draufgekumpel. Ja, ich kann nichts machen. Hier, ich... Weiß ja, wo alle wohnen. Ja, da musst du nur ein bisschen Wanslow wohnen. Ich bin dabei. Ich habe mir gar nichts gemacht. Ja, da kann sie nicht ewig festhalten. Das ist auch anstrengend. Alle Adressen geleakt. Alle Adressen geleakt. So, drehen wir um. Enter hat und raus. Ja, der Justin hat letztes Mal im Stream, weil man wohl FIFA gestreamt hat, hat seine Adresse geleakt. Ehrlich? Ja, weil einer hat... Der Sandro meinte, warum muss ich Pizza hinbestellen und so und hat er die Adresse genannt im Stream. Ja, Justin ist noch nicht so erfahren wie wir. Äh. Los. Oh, mein Mundi. Ach, die Cola ist hier im Weg. Pipsi, so. Oh, vier Schuss. Wie im Weg? Die war im Weg. Was ist denn mit dieser Maus? Ach ja, aim. Witzig. Jetzt gehen wir so einfach hier zu aimen. Wie Beschluss hast du denn überhaupt? Wo steht denn das? Äh, unten. Ich habe das 12 im Magazin und 28 in Reserve. Okay. Wenn ich muss einmal rumcirkeln. Ich bin die ganze Zeit noch im Circle. Hätte ich mal hier so laufen können. Ah, was ist denn Annalwurm? Oh, der Karion-Fies da. Annalwurm. Dass man sich da auch nicht mehr befreien kann, ist ja auch nicht. Aber ich bin jetzt wieder hier. Vergiss beim Circle nicht das Aimen. Warte, ihr steht mit die Höhe? Einmal um 1,50 Meter vielleicht. Das ist halt realistisch. Ehrlich. Robin sagt, du sollst beim Circle nicht das Aimen vergessen. Und auf die Steps achten. Auf die Steps achten, ja. Jetzt hätte ich gerne Nate hier. Oh, da ist Blut. Ich wette, da oben ist er. Ja, leck mir die Nüsse. Wie kommt es denn da vorbei? Ich glaube, du musst einfach warten, bis er wieder hoch geht. Ah! Was ist das für eine Scheiße? Ich fange direkt wieder an. Ah, eh, eh. Okay, 3, 2, 1. Einer links laufen. Guckst du, wie doof, ne? Oh, jetzt rennen. Äh, Schiff drücken, ne? Waffewerksteck und Schiff! Der ist gut geklappt, der Plan. Ich will jetzt hier nichts hören. Du schaffst das. Du glauben an dich. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt machst du es. Oh, oh! Du Arschmale. Und? Da ist die Munition, ne? Wie im 40, ja. Super. Das heißt, die Munition ich jetzt vom Baller und krieg gleich wieder... Echt jetzt, krass? Tricksvieh. Immer belieben, genau. Jawoll. Gibt nichts mehr, ne? Bist du ja angewildet auf dem Tablet eigentlich? Ja. Wieso, willst du ja irgendeinen Schmuh machen? Ne. Ich würde Robin mal hier für seinen Support belohnen. Womit denn? Ich überweise ihm 20 Euro von deinem Konto. Ratt! Der kann uns auch 20 Euro überweisen. Wofür? Ja, für den Support-Konto, den wir hier gerade liefern. Was schieße gegen Wände und Kreaturen anzulocken. Wie ich doof? Wunderbar. Da fahrt ihr meinen Sub genau. Ach, guck mal, da kannst du nur da was sehen. Natürlich logisch. Aber jetzt da, wenn wer gescamt. Der zahlt ja nicht aus. Wer zahlt nicht aus. Du. Wie, ich zahl nicht aus. Der zahlt das nicht aus. Warte mal kurz. Äh, weg, mach weg, renn! Nein, ich fahr nicht fährlich! Warum ist der runtergerutscht? Ja, so diriges Affenkind, ne? Kommt er jetzt? Ne. Ich hab' einen Schlüssel. Schlüssel! Schlüssel! So, jetzt die selbe Sache wie bei Carrion. Wo müssen wir hin? Zurück. Carrion. Aber wo? Ja, was rücken die Karte? Rückenschmerzen. Ja, ich hab' den Stuhl. Jungen, ist dasselbe wie da? Ne. Natürlich. Ja, ich hab' den schon durchgewessen. Ne, man muss gehen. Aber der ist der Bauch, der einfach alles runterdrückt. Ich hab' keinen Bauch. Ich wollt' jetzt sagen, kannst du sag' jetzt. Du hast keinen Bauch. Ich hab' den Bauch. Die Doreen Auge hat sich geworben. Ne. Das ist doch die richtige, ey. Ich weiß, ich würde die da hängen, aber hingucken. Wie, eigentlich töten damit? Als ihr dazu genommen habt, ist der Nico. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Oh, ich seh' nix. Und der Markus. Und der Beyer, genau. Ich hab' die Toiletten kaputt. Ja, ehrlich. So ein fettes Schwein. Ja, seh' mal ehrlich. Ey, krass. Und damit hat er sich verraten, dass er das letzte Mal auf war. Er sprengt die Schiffe, ey. Weißt du, und dann kommt er noch das letzte Mal so, so erstaunt. Boah, da war ich in der Unkleid. Guck mal, was ich gesehen hab. Ey, da kann man auch sterben, wenn man sich dagegen handelt. Der Toilettendeckel ist kaputt. Ich sag' boah, wer war das denn? Und gestern erzählte mir, ich hab' den Toilettendeckel kaputt gemacht. Der macht Toiletten kaputt, der nur, oder? Ja. Der muss den mal reinziehen, der hat den ganzen Dings im Arsch gemacht. Also nicht die Brille, die Dicke. Nein, der hat, zurück, 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 zurück. Er hat sich auf die geschlossene Toilette gesetzt. Ja. Weil er mit seiner alten telefoniert hat. Also hat er sich damit verraten, dass er gar nicht kacken war. Sondern dass er einfach nur so auf dem Klo war. Und ich mein' bei einer Körpergröße von ungefähr 1,95 und dem Gewicht von ungefähr 1,95. Ja. Ist er wohl logisch, dass er dem Ding im Arsch geht? Scheiße, ihr habt den falschen hier jetzt hinzugefügt. Was? Ja. So hast du kein Geld geschickt für irgendeinem Typ mir. Das sind zwei Unterspriche, Robin. Habe ich nie gesehen. Ah, es lebt ja immer noch. Komm ich jetzt hoch? Dick, 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 dick. So, jetzt ist richtig. Also ich glaube, wenn das schon nix für euch ist, dann lassen wir Noita erstmal weg. Echt? Ja. Ja, Noita ist halt wirklich so Kerion-Grafik, ne? Kerion. Kerion. Wunderbar. Aber wir können euch mal ne Runde links zocken hier. Songs of Iron. Achso, das war das mit der alten. Ja, mit dem Wikinger. Mit der Wikinger. Was hast du denn noch für Games heute? Ja, hier. Iron-Scheiß. Also wie gesagt, wir hatten, ich hätte eigentlich noch hier dieses Noita. Das ist aber glaube ich nix für die anderen beiden, deswegen lasst ihr mal lieber sein. Und dann machen wir dann nochmal ne Runde Song of Iron. Komm jetzt hoch. Weh, achso, Shift und. Nehmen wir an, muss ich nicht auf 2, hätte ich gesagt. Ist auch 2. Von wann ist denn das Spiel? Ist neu. Echt jetzt? Ja, ist auch ja so ein kleiner Entwicklerstudio. Oh, die Rundschmerzen auf dem Stuhl, ey. Durchgelegt, mein Mann. Mit dir oder im Arsch hier. Boah. Ne, die gleichen, Mann. Du bist aber ausgeleiert irgendwie, fühlst du dich an. So, von... Was ist los denn, Mann? Hast du eine Schnappatmung auf einmal? Hat Herzrasen sowohl, ja. Ja, ich krieg dir Herzrasen, genau. Wie wenn die Gäste in der Speisekarte in die Kaugummi reinrotzen. Ja, ey, diese Assischlampe. Jetzt mal ehrlich. Oh, ich hab gesehen, hätt ich die so zusammen geschaut, ne. Der ist das allerletzte, ja. Hä? Achso, Shift und, ja, ja, gut. Gut. Ich geh nicht in den Laden rein und falte erstmal die Speisekarte wie so eine Origami-Figur. Und hau nochmal einen Kaugummi da rein. Na, jetzt mal ehrlich, ey. Wo sind wir denn hier? Mach ich am Griechenes nochmal auch. Ja. Ja, da geh ich hier und mach erstmal die Deko anders. Einfach ein Handyladen. Glose Scheiße. Könnt's ja auch mal sehen. Tag 17. Ah, ich glaub ich bin bei einem anderen Typen. Ja, mach du es mal. Ich muss Pipi machen, ehrlich. Oh, mach du. Ne, das ist ein Heimo. Mit deinem anderen. Was war die Leute gleich aus? Ich bin ein Klepperausprachter. Oh, hab ich die Tastenbelegung schwer vergessen. Ist nicht schlimm. Also, wer ist dies? Laufen. Halt doch einfach zurück. Bei C machst du hier. Ist das hier? Lixelle? Mit C? Ja, mit C machst du diesen Kletterhaken. So schießt er und dann kannst du dich hoch angeln. Wieder runter. C wie Kletterhaken. Dann drückst du Sprung und machst den ab. C wie Kletterhaken. Ducken tust die A auf S. Schießen machst du halt einmal rechte Maustaste. Dann hast du den Laser-Dingsbums. Ein Ruffellaser. Du machst das schon, ich muss BW. Kommst du durch? Ja, komm ich durch. Du hast so einen schlüpfrigen Schlaffer zu haben. Du hast aber gar nichts zugenommen, finde ich. Was? Wo denn? Er sagt Doreen auch. Doreen, Doreen. Ich hab einen kleinen Arsch. Ihr habt drei mal, dein Arsch drei mal. Ihr habt meinen Arsch vier mal, die Doreen. Ich kann nicht ranzoomieren. Wie sehen die Batterien aus? Jo. Wie mache ich die Waffe? Rechte Maust. Ich hab verloren. Hä? Vorbei. Demo zu Ende. Ja. Nee. Schon gerade verloren. Ja, aber ich die Pipi mache keine Ahnung. Wenn die Doreen das hört, ja dann... Ach, ich will Doreen. Was würdest du machen? Würdest du mit ihrem Arsch erschlagen? Auf sein Gesicht setzen. Oh. 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 Oh, wie eine Kälte rein. Oh, wer kommt denn? Die Lungenentzündung. Im Frostgrab. Die Lungenentzündung. Jetzt aber auch Doreen, die arbeitet bei uns. Boah. Kann man, ne? Alter, das Fenster jetzt gerade aufgenommen. Die Lungenentzündung, ey. Oh, jetzt hab ich vergessen, was da... Direkt eine Bronchitis, ey. Das habe ich nicht mitgelesen, ne Scheiße. Boah. Lü. Auf der Karte markierte Punkte. Siehst du da welche? Markierten Punkte? Nee. Nein, ich weiß nicht. Oh, okay. Kletterhaten. Ich sehe. Ich sehe, wie Kletterhaten. Wunderbar. F. Ja. Ja. Ich sehe, wie ich vielleicht... ...wie da ist. Nein. Habe ich denn gerade... Oh, doch. Keine Ahnung, wo sind wir jetzt waren. Keine Ahnung, wo ich hin muss, ich glaube ich einfach geradeaus, ne? Ja, mach mal. Auf der Karte markierte Punkte, ich sehe keine Punkte. Gibt ja nur einen Weg. N. Eins oder N? N für Terrascanner. Wunderbar. Und nun? Soll ich gedrückt halten? Hm. Okay. Was, enthaaren? Ach, enthaken. Terrascanner, da ist er doch. Hä? Ne, das ist wieder das andere Ding, oder? Ja. Wir müssen mit Falltasten runter. Ja. Ey, das ist voll windig hier raus, aber ich tue zu schnell. Merk mal, wenn die Tür aufgeht. Ja. Ja. A.M. muss ich jetzt drücken an. Stehe ich nicht. Terrascanner. Kannst du auswählen, aber macht nichts. Warum mal? Vielleicht rückteilen. Ah, auf den Boden musst du den Ding legen, okay. Ah, Terrascanner. Ah, Terrascanner. Ja, der kann Ruhrwahn befestellen. Oh, der wäre auch ein Terrascanner, der kann Ruhrwahn befestellen. Ne, 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 hab er gefunden. Oh, geiler Witz, ne? Ach, keiner. Wie versagt schon? Oh, einmal auf der Kappen liebensal. Oh, 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 oh. Ah, ich war noch ein Juni, so eine Scheiße. Onkel Gucci. Das waren die Batterien. Ja, passt noch. Ja, äh, könnte ich mal jetzt irgendwie durchrutschen? Ach, Mann. Ja, was soll ich machen, wenn alles so klein hier ist? Ja, was, dann hol dir mal eine große Bude. Das sagt der, dessen Wohnung so groß ist wie mein Wohnzimmer. Hallo. Ich bin mal kurz mal, äh, einmal kurz mal auf dem, die durchkommt. Du kannst doch hier gerne... Ach, warum muss ich es wieder weitermachen, ey? Kein Problem, ich hab schon mal hier alles gemacht. Ja, ja, okay, ich hab jetzt einen Terrascanner, ne? Ja. Du musst, äh, auf der Karte markierten Punkte, die musst du erreichen. Ich bin erst ab 1. September Beamter, dann hol ich mir auch... Junge, noch bist du überhaupt kein Beamter, noch bist du, noch bist du nix. Nix, nix. Noch bist du nix. So, wo kamst du jetzt her? Von unten. Also von da. Ja, wirklich. Also muss ich links lang laufen? Nein. Ja. Was? Ich bin auch von unten gekommen. Ja, aber da musstest du auch hin, oder nicht? Und scannen, oder nicht? Der Terrascanner ist einfach nur, um zu gucken, was unten ist. Ja, hol Räume. Du kannst natürlich... Du siehst, da unten deine Karte. Du musst auf der... Ja, markierte Punkte. Da sind auf der Karte markierte Punkte, und dann musst du hin. Die sind bald abgelaufen. Was wollt ihr immer? Ich war noch eben Pipi machen. Komm jetzt wieder, und kriege wieder Infos, die für den Arsch sind. Das Spüloch zurück. Ja. Kramst du jetzt aus diesem Loch? Kramst du von hier unten nach oben? Ich kam aus diesem Loch, ja. Ja, aber muss hier links. Das ist halt die Frage, ob ich da... Aber da war Sackgasse. Da muss man irgendwas machen. Da. Auf dem Loch. Im Loch. Ja, wir sind ja links gespawnt. Ja, kann ich sagen. Wenn du das Loch nimmst, kommst du... Siehst du, auf der Karte, kommst du in diese große Höhle hinterher. Ja. Ich geh's mal einfach runter. Ich bin wieder von einem Idioten. Ich fäll's hier runter. Ich fäll's hier runter. Natürlich. Pass auf. Ich hab jetzt nämlich hier den Kletter linksbums. Zack. Fäll's hier runter. Wenn denn? So, hier wart ihr. Da waren wir. Vor der Wand standen wir auch. Den Ochse vom Berg. So, guck mal. Jetzt zeigt mir doch an, dass das hier oben irgendwo ein Eingang ist. Oh, das ist Terrascanner. Ja, das ist nur oben Terran. N wie Terrascanner. Was ist N wie Terrascanner? Ja, das... Das sah aus wie ein Eingang. Ja, ja, klar. Also N ist der Terrascanner. Ja. Was? Das war N. Da muss er gedrückt halten. Hab ich. Muss sich schon hinknien. Nein, gedrückt halten. Nein, hinknete nicht. Jetzt. Wir würden den Terrascanner in der Luft halten. Ja, im Knie ihn auch nicht. Ja, weiß man nix, ey. Das ist ein Terrascanner. Kein Luftscanner. Maustaste, blöden Affen. Du bist am richtigen Punkt. Was? Oh, du bist am richtigen Punkt. Was? Geiler Typ, der Angelo, ne? Alles klar. Sprengen, den Scheiß. X. Alles klar, so. Äh. Haben wir hier drücken? Vier. Sprengladung. Die haben wir schon mal eingesammelt gerade. So, jetzt muss ich X drücken, ne? Ich hätte aber dritt X drücken können. Wie zum Tutorial steht. So, ich bin so geil. Manchmal fahre ich mich echt. Aber guck mal, euer entdeck ist, glaube ich, ein Eingang, oder? Der sah auf der Karte so aus, weil er noch nicht entdeckt war. Runter. Ja, 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 komm mal auf zusammen. Ich weiß, ich mache nichts. Aufzugeben. Was? Ich wette, uns wäre ein paar Würmer. Kein Sauerstoff hier drin. Mach die doch auf. Heizungsluft hier. Trockene. Mach doch nicht die Tür. Halt mal drücken mal auf. Hey! Was? Ich habe es nur angefasst. Sag ich noch eine Drohne? Junge, du bist unter Beobachtung, weißt du hoffentlich, ne? Ja, du brauchst hier nicht hochdrehen. Das Ding ist auf zwei und ballert so sehr. Sag ich ja. Weil der muss ja jetzt fünf Grad erreichen hier. Ich hau dir so rein, die Heizung. Ich weiß nicht, wie kalt das ist. Das ist das Tremostat hier. Das wird gar nicht wärmer. Ich habe jetzt hier eine Drohne. Ich habe jetzt eine Darm-Spiegelung, ne? Oh, ich kann doch gegnern schocken. Pass auf, warte, warte. Wunderbar. Jetzt habe ich gegnern geschockt. Drohne weg. Aemon. Wer ist dieser Aemon? Aemon Targaryen, oder was? Ach, da kommt noch so ein Kackfien. Nein, ich... 3, 2, 1. Withpawn. So. Ach, du blues Drecksfien. Weißt du, ich stehe da und warte, bis ich die Scheiße abkomme. Mach. So. Aemon sagen die Amis in der Kirche. Ah, bestimmt wieder hier den, äh... Die Darm-Spiegelung. Irgendeine Sekte wahrscheinlich. Oh, ich muss mal wieder gedrückt. Nein, nicht B. Äh, äh, äh... Was ist denn mit der Drohne? Darm-Spiegelung. Ach, oh, ich kann sogar Hebel betätigen mit dem... Magnet aktivieren. Wie, mach ich die wieder weg? Kannst du aufheben? Haben wir auch überlegt. Hm, äh. Ich will jetzt hier scannen. Also N. Und eine linke Maustaste. Ach, muss er auch gedrückt halten. Ja. Man macht das nicht alleine. Nein. Und da ist wohl Erde, ne? Wie sie sagen. Du musst hier sein. Jetzt versuchst du ein Kackfien. Beide auf. Ich hab ein Problem. Wohin jetzt? Ja, okay. Wieso? Ich bin der Eckwertfurt. Ich bin der Eckwertfurt. Ich bin nach vorne gefallen. Ich bin ein nasser Sack. Nein. Ach, ehrlich? Oh. Komm. Sind die respawned? Komm, wir wissen beide, dass du da bist. Oder auch nicht. Schon guter Tod. Hast du das gesehen? Ja. Geil, ey. Schon guter Tod, ne? Ich bin von so einer Fledermaus getötet worden. Deine Fledermaus. Ein Vogel. Nachladen. Ein Vogel, ne? Kannst du den Sprengstoff... Ach, nee, der ist ja schon... Was hat denn? Der Arschwurm da unten. Arschwurm. Der Arschwurm. Da ist noch mehr drin. Komm. Fruchtfliegen sind das, das kann auch sein. Oh, jetzt sind Granate, ey. Ne Nate. Wie wohl zumal ich noch... Ach, besser doch. In den Kopf. Ich will nur sicher gehen. Werning und Hennigen. Ja, klar. Skandinavien oder was? Ja, oder Holländer. Holländer? Holländer. Ach, ach. So. Ich muss aber nach... Der One-Shotet dich. Alter, Einschlag und ich bin tot. Nein! Doch. Was doch? Ja. Was eine Scheiße. Was bin ich hier? Ich sehe... Fruchtfliege in den Kopf geflogen, ja. Davon muss ich schauen. Hinter dir, hinter dir. Ja, hab ich ja gesehen. Scheint ein gutes Game zu sein. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen nur gute Games. Ja, es ist... Halt doch einfach mal nach Maul. Ehrlich. Also, ich bemühe mich mal, Sachen zu finden. Guck mal, welche beschissenen YouTuber an dich, ob ich leiden kann. Versteht doch nicht mal alles falsch. Doch, tue ich gerade. Das ist ein gutes Game. Ist wie viel Todweil. Ist wie viel Todweil, die Kacke. Wie viel Todweil, die Kacke. Wie viel Todweil. In der Felswand. Du musst das Ding auch richtig... Du musst es auch Samt machen. Juhu, ich hab die Dampf in der Hose. Das war jetzt muss er drücken. Ah! Aha! Ich hätte es lesen sollen. So. Nee. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich muss es da hinschießen. Und jetzt muss ich... Enter. Dann einen Schritt zurück. Enter. Geil. Geht doch. Gut. Ich springe auf das Saal und halte W gedrückt. Weil es weht. Boah. Hahaha. Ja, Leute. Wenn ihr ein Poges sehen wollt, müsst ihr meinen Hocker-Zockern einschalten. Ich empfehle immer unser Zwei-Jahres-Best-Off. Boah, kalte Füße hier, ne? Ich auch. Oh. Oh. Mal ein bisschen in der Luft halten. Halt dir eine Heizung heute ja letztes Mal gemacht, das ist gut. Wie, ja, letztes Jahr war sogar... Boah, der ist ja jetzt gesteuert. Hat der nicht gebrochen. Ja, wie, der geht so mit der Knick, oder wie? Der hat immer eine Klippe runtergesprungen. Der hat, der hat da, da, da. Spring und weh, ne? Weil ich mich frage, wollen wir die ganze Scheiße bei uns am Körper jetzt zur Ausrüstung? Bei dem anderen Spieler, die hatte nur ein Bikini an. Erraue ich in dieses Spiel. Ja. Und richtig langsam, langsam. Mach ich. In deinem Arnus versteckt, sagt der Robin. Guck mal, jetzt komm ich hier nicht weg. Der ist aber klein, der Arnus. Da passt nicht viel rein. Ja. Wie kommt jetzt die Runde? Ah, okay. Tot. Okay. Hattest du jetzt schon mal der Befehle gebrügt? Wirst du ja auch mal gerne. Ja, wirst du ja auch mal gerne. Was? Ne, 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 ne. Pistole. Schieb doch mal da Dingern da hoch, dieses rote Licht. Ah, stimmt hier, die Drohne. Das Blaue soll ihm auf B, ne? Hast du bei Anjo schon nachgeguckt, oder woher weißt du, dass das nicht reinpasst? Ja, ich... Hättest du schon eine Operation gehabt und so, ne? Ach, geil, du kannst sie richtig grillen. Erzählt man sich so. Den Hamid gefragt. Da, guck mal. 104 Meter. Der müsste sogar die Entfernung. Ja, zu dem Kühnner. Wie lange ist dieses Seil da von dem Teil? Ich hab keine Ahnung. Ne, 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 das ist der Scanner von dem einen Harry, den ich suche. Weiß ich nicht, sterben hier. Bann, ein Ding. Wie kannst du es von hinten kommen? Ja, fällt nicht so aus. Gut. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, Schwing an den Ding. Ich hab eben Angst, dass hier der Knick bricht, wie ich oben gegen so eine Wand pralle. Hä, wo ist der Arschwurm? Da. Piept denn da? Die Mikrowelle fertig oder was? Ne, unten, ne, der, 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 der Scanner, der Scanner, also, der, der, GPS-Mann ist das ein bisschen platt. Nein. Platt. Ich hab' jetzt die Drohne hochschicken sollen, ne? Hm. Oh, pfff. Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht. Boah. Der muss ja abkönnen. Boah, der gefällt mir nicht. Der ist sich auch gegruben. Der ist wie auch irgendeine Öffnung. Kommt der Wurm raus. Aber sowas sieht man so. Er bewegt sich ja auch nicht. Mit seinen Fingern was bewegt. Was liegt? Kann man da auch schon gegenschießen, bevor der rauskommt? Bringt ja nix. Ist ja. Du bist mit einer Mieter und dann springst du in die Luft. Ja, bei manchen Games kannst du das ja. Dann kannst du schon mal das Ding kaputt machen. Sag mal. Oh, da kommt ein Wurm. Ich geh jetzt mal los. Ich verstell mich. Den macht ja wie Luca immer. Hände vors Gesicht. Vorsichtig, vorsichtig. Stellung mal auf Pumpgun. Vorsichtig. Ich grill die so einfach. Lässt mich nicht verarschen. Er lässt sich echt nicht verarschen. Schieß doch doch mal ein Seil in. Lässt du dich von dem Seil auf die andere Seite. Ich weiß nicht, wie jetzt hier rauskommt. Ah, okay. So nicht. Ein bisschen weiter nach rechts. Ah, scheiße. Ist ja klappen können. Weiter nach rechts. Ja, ne? Kann funktionieren. Geht piepen, ne? Hör ich gar nicht. Mit dem Krankenhaus. Ne, 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 ne. Noch weiter. Noch weiter nach rechts. Genau. Ja, aber ich hab auch kein... Jetzt machst du das... Jetzt machst du das Ende da wieder irgendwo fest. Da ist es zu langsam, glaube ich. Ja. Okay, dann versuch's so. Na, ich versuch's mal, aber... Ich muss die stramm ziehen, hat sie... Mach's ja gar nicht. Ne, macht's ja gar nicht. Okay, dann versuch's so. Ach, muss ich. Wunderbar. Ach, C. Okay. Und? Wo ist das Mistreel denn jetzt? Das glaubst du sogar. Ich glaub das jetzt nicht. Das ist ja geil. Jetzt kommt der hier nicht hoch. Ey, du bist der Nutzloseste. Der wird wahrscheinlich aktiviert, wenn du da drüberläufst. Ja, ich bin drüber gelaufen. Boah. Drohne. Ach, B. Mikrowelle, zack. Noch einer. Das ist ja geil. Akku leer. Ach, wo Akku? Ja, beim Heilungsgräber wechseln. Ne, ich fahr hier ja nicht runter, du. Gut. Ne, hier sind wir eigentlich wieder. Jaja, ich hab dich gesehen. Jetzt nicht mehr. Doch. Der scheiß, die Vieche. Okay, es wird Zeit für das nächste Spiel. So. Oh, ich ist ne Fliege. Wie überlebt die denn bei der Kälte? Ich fliege. Wo? Gerade sind die Jungen. Ach so, er ist, ähm, äh, die heißen Traumücken. Die leben im, im, im Blumenerde. Ach, du kennst sogar, das geht hier, was hier rumliegt. Ja, sicher. Ich hab allen Namen gegeben. Leck mich auf den Arsch, ihr Penner, ehrlich. Das war jetzt Hidden Deep. War okay, ja. Vielleicht machen wir so weiter, ich weiß nicht. Oh, ich mach's alleine weiter. Ich denk mal, ihr, ne. Können mich ja spielen. Der kommt nicht mehr, der ist raus. Können wir so einen Stick geben. Hidden Deep. Vielleicht soll ich's mal alleine weiter im Stream. Danke fürs Einschalten. Bleibt dabei, wir sind immer auf Twitch. Aber jetzt für YouTube. Adios, ihr Süßen. Also, geh' auch mal. Hast du hier rumgepopelt? Nein, ich hab' das in das Loch reingemacht hier. Da guck. In das Loch reingemacht. Ja, das war schon ab. Ja, ja, genau. Tschüss. Ein bisschen aufräumen hier.